Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Moon und unserer süßen Sky. Und wir sind hier gerade noch im Urlaub, aber der Urlaub geht noch 17 Stunden. Das heißt, wir werden mitten in der Nacht dann wieder nach Hause gehen, wie es sich für Vampire gehört. Ich würde aber hoppen, wir drehen jetzt erstmal für heute. Es ist die 164, das ist sehr weit unten. Spannend, spannend. Es ist Zeit für eine Maniküre. Uh, wir müssen doch theoretisch gar nicht hierbleiben, oder? Weil ganz ehrlich, wir brauchen den Urlaub jetzt gerade eh nicht so zwingend. Da gehöre ich mir lieber eine Maniküre. Ich hoffe, dass ich irgendwo was platziert habe. Ansonsten muss ich das halt noch eben machen. Sieht tatsächlich schlecht aus. Dann gehen wir einfach random zu diesem Grundstück und dann platziere ich da einfach was drauf. Wie random einfach. So, Move Objects is on. Grundstücke. Nail. The Cross Spa and Nail Saloon. Das sieht doch süß aus. So, wenn man jetzt hier so guckt. Das sieht doch eigentlich cool aus, oder? Schnieke. Jetzt müssen zwar die Leute noch spawnen, aber sie kann ja schon mal reingehen, damit sie uns hier nicht verbrennt. Weil ich habe da sehr große Angst vor. Ich möchte nicht, dass sie verbrennt. Wisst ihr? Guck mal, da ist schon eine. Eloise Hiddlesticks. Dann bitten wir sie doch einfach mal um eine Maniküre. Hallihallo, Hallöchen. Sie ist hochschwanger. Aber ist okay. Okay, was wollen wir denn für Nägel? Wie sie sowas spitze ist oder so? Ich glaube nicht, dass sie da der Typ für ist. Wie wäre es denn mit sowas hier? Mit so pink und weiß. Wir versuchen es einfach mal. Ihr scheint es auf jeden Fall sehr zu gefallen. Süß. Aber naja, ich finde das realistisch so als Teenager, dass sie da sowas auch mal machen lässt. Ich meine, ihr Aussehen ist ihr ja auch schon wichtig so, ne? Also sie lässt sich ja nicht gehen. Und da denke ich schon, dass sie dann auch mal so eine Maniküre geht. Außerdem fällt es dann vielleicht auch nicht so doll auf, wenn sie mal ab und zu rausgeht, dass sie halt ein Vampir ist. So, jetzt wird es schon lackiert. Ich finde, das sind richtig, richtig süße Animationen, ne? Also das ist, finde ich richtig toll, dass sie das ins Spiel gebracht haben, weil es sind so Kleinigkeiten, die das Ganze halt so realistischer machen, ne? So Maniküre oder so gehen. Es ist halt einfach sehr realistisch, weil das halt mittlerweile wirklich viele Leute machen. Und deswegen finde ich es halt auch schön, dass es das ins Spiel geschafft hat und dass halt die Animationen auch wirklich realistisch aussehen. Also mit den Pinseln und so. Also sie sind wirklich schön geworden. Also von daher, da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Das finde ich richtig toll. So und sie fühlt sich jetzt toll, weil sie eine Maniküre erhalten hat. Und ich möchte die Nägel sehen, meine Liebe. Uh, süß. Me like he. Und ihr scheint es auch zu gefallen. Süß. Haha, I love it. Und ich sie jetzt vielleicht hier noch ein bisschen für die Prüfungen lernen lassen, weil ich habe echt Angst, dass sie diese Prüfungen nicht schafft, ne? Ach, sie kann gar nicht mehr lernen. Ah, na dann. Dann schafft sie die bestimmt schon. Also ich hoffe es für sie. Ist halt die Frage, wird sie jetzt im Abschluss bei dann eingeladen oder nicht, ne? Sie geht ja auch mit Jericho hin, ne? Wir müssen halt mal schauen dann, ne? Ich hoffe, dass halt die Frage kommt, dass sie dann zum Abschluss kann, weil es ist im Kalender nicht eingetragen. Aber ich hoffe so, dass sie halt Abschluss feiern kann, weil ich finde, da kann sie sich halt nochmal so komplett so unter die Leute mischen und so. Und das finde ich halt richtig schön. Offline wurde ich übrigens gefragt, ob Venja unser bester Freund werden möchte. Und ich meinte so, ja klar, warum nicht? Jetzt ist Venja anscheinend unser bester Freund, I guess. Könnten wir uns ja mal wieder auf den Weg nach Hause machen. Gucken, wie es unseren Tieren und den Pflanzen geht. So, die Tisser da haben gut aufgepasst. Natürlich haben sie das. Und dann möchte ich meine Babys auch direkt hier, ne? Dass wir mit denen spielen oder so. Dass wir Hallo sagen, dass wir die auch vermisst haben. Wir können über Urlaubspläne posten. Süß, finde ich das. Mich hat das Reisefieber gepackt. Regen oder Sonnenschein. Ich muss einfach hier weg. Der Urlaub wartet. Süß, dass man darüber posten kann. Ich weiß nicht, wieso ich eine traurige Story über ein Buch gepostet habe, aber das ist jetzt anscheinend passiert. Wieso sind ja nicht überall so viele Pfützen? Ich verstehe diesen Haushalt manchmal nicht. Sie möchte einen Sim einladen, weil sie gesellig ist. Das finde ich aber auch schön. Deswegen können wir einfach mal Jericho einladen. Jess ist eine Oma. Das war doch bisher nicht so, oder? Oh mein Gott, Leute. Jess ist eine Oma. Das heißt, sie wird auch bald verrecken. Das ist schrecklich. Alle unsere Freunde sterben. Jericho wird gleich da sein. Yay. Guck mal, wer schon da ist. Warum geht der nach draußen? Das finde ich nicht so gut. Ist ganz schön gefährlich hier. Ja, sie ist direkt kokett, wenn sie ihn sieht. Also er ist auch ganz offiziell Single. Wenya möchte mit Moon auf freundschaftlicher Basis zum Abschlussball gehen. Das ist ja total süß gemeint, aber wir gehen ja schon mit Jericho. Deswegen nein. Ich würde gern, können wir reingehen? Ich mache mal eine Gruppe auf mit ihm, weil das funktioniert hier sonst nicht. Dann setzen wir uns zusammen hin, wo unsere peinliche Mutter ist, die hier updance wie sonst was. Toll. So beeindruckt man seinen Schwarm im Teenager-Alter. So, weil dann würde ich dem nicht jetzt einfach mal sagen, dass wir vielleicht so slightly schon mal so anfangen, so ein bisschen zu flirten oder so. Ich glaube, dass Moon das sogar so ein bisschen unterschwellig machen würde. Sie säuft erstmal toll. Sie hat auf jeden Fall keine Geheimnisse vor ihm. Uh, er geht auf jeden Fall drauf ein. Das ist sehr, sehr schön. Oh, sie hat meine Romantikleiste. Endlich. Süß. Dann ein Anmarschspruch. Dann sagen wir ihm, dass er toll aussieht. Und dann kann sie auch einfach sagen, ja, ich stehe richtig hart auf dich. Weil ich glaube, Moon ist auch so eine, die würde zum einen zwar so vorsichtig angehen, aber andererseits fällt sie dann auf einmal mit der Tür ins Haus. Oh, das fand er nicht so toll. Aber er flirtet uns dann wieder an, ne? Ich will ja nur nochmal sagen, dass er derjenige war, der mit uns gemeinsam zum Abschlussball gehen wollte. Stopp, du gehst jetzt nicht an den Laptop. Hallo? Wir sind hier gerade dabei, dir hier eine Beziehung zu klären. Also, die müssen ja nicht direkt zusammenkommen, aber wenigstens, dass die hier so ein bisschen sich schon näher gekommen sind. Ich finde es auch teuer, dass wir einfach einen Jungen daten, der so aussieht. Ja, mit Socken in den Sandalen. Ich finde das ganz toll. Die passen super zusammen. Also, er findet uns anscheinend auf jeden Fall auch hübsch. Das ist super. Warum können wir direkt rumschmussen? Das finde ich nicht gut. Und so, geh mal zu ihm hin und knuddel ihn mal. Oh, das ist echt süß. Sie ist sehr zufrieden. Oh, der Moon ist total verschossen und absolute Verehrung. Süß. Das ist ja mal so cute. Und er ist auf jeden Fall aber auch zufrieden, auf jeden Fall. Das finde ich sehr schön. Also, alles Romantische findet er ganz toll. Er hat gerade so einen Kuss zurückgemacht. Also, ich finde es nice. Die beiden, die finden sich toll. Also, ich glaube nicht, dass jetzt direkt noch irgendwie ein Kuss oder so fallen würde. Das finde ich unrealistisch, dass sie da so schnell vorgehen würde. Aber, ja. Ich denke, das ist ja schon mal sehr positiv gelaufen soweit. Sie könnten sich jetzt halt schon küssen, aber das möchte ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass Moon so schnell wäre. Also, so, weil vor allem, wenn er jetzt ja vorher die Liebe in aller Öffentlichkeit gestehen, das hat er jetzt zunächst erstmal abgelehnt. Und ich glaube nicht, dass sie dann so sagen würde, so, okay, dann versuche ich jetzt einfach random dich zu küssen. Weil, ähm, ich kann mir auch einfach vorstellen, dass er meinte, ja, ich bin jetzt für sowas jetzt doch gar nicht so bereit. Und, dass sie halt auch bei ihm dann auch die Zeit gibt, äh, dann noch länger drüber nachzudenken. Ja, er muss jetzt auch gehen. Aber das ist okay. Sie sind sich auf jeden Fall näher gekommen. Das ist total schön. Denn dann kann sie ja, äh, Jericho noch taggen. Ich kann nichts Romantisches schreiben. Dann schreibt sie ja eine lustige Nachricht. Ja, einfach, dass sie halt postet so, dass sie sich getroffen haben, so nach dem Motto, ne? Ich verstehe leider nicht, was du sagst, aber das ist bestimmt witzig. Ew, Mimi, no. Oh, schimpf sie mal aus und dann kannst du ja vielleicht mit ihr ein bisschen spazieren gehen. Süß. I love it so much. Und Moody kann sich ja um Rusty kümmern. Sie hat einfach die Tanzfähigkeit perfektioniert. Was ist mit ihr? Die hat auch nichts Besseres zu tun in ihrem Leben. Die sind schon wieder alle besessen. Ich lieb's. Nee, ich möchte den Urlaub nicht verlängern. Ich bin doch schon lange zu Hause. Der kurze Spaziergang fühlt sich ziemlich lange an, wenn ich ehrlich bin. Sie ist einfach die ganze Nacht mit dem Huhn spazieren gegangen. Just vampire things, Alter. Oh, hier sind Flasma-Früchte. Wiu, wiu, wiu. Toll. Handy besessen. Ich habe noch nie Fotos mit Sims und Tieren gemacht, aber das muss jetzt einfach mal sein. Weil ich möchte sie auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Und ich will halt mit der Zeit immer und überall halt so Fotos hängen haben von meinen Sims etc. Weil ich lieb das einfach. Ja, wir schaffen es jetzt leider nicht mehr, weil Moon leider zur Schule muss. Aber dann machen wir es danach. Ich muss dafür sowieso noch auch nochmal regenerieren. 55 ziehen an eine andere Stadt. Oh. Ich finde das jetzt irgendwie schwierig, das in diesem Part zu machen. Ich weiß, wir wollen das hier machen und so. Aber ich finde es insofern schwierig, da wir ja eh die nächste Generation ab dem übernächsten Part fängt die neue Generation an. Und da werden wir ja vielleicht eh ausziehen. Wir wissen dann ja nur noch nicht, ob mit oder ohne Sky. Deswegen würde ich jetzt, außerdem habe ich jetzt nichts vorbereitet oder so logischerweise. Und ich habe jetzt auch nicht die Zeit, jetzt noch irgendwas dahingehend vorzubereiten. Deswegen würde ich sagen, wir randomisen nochmal neu für heute. Und dass man das vielleicht im Hinterkopf behält. Wir schauen einfach mal. So. 123. Also weil, wenn das jetzt nicht so knapp gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Aber wie gesagt, im nächsten Part wäre es dann, also wird sie ja eh zur Erwachsenen schon. Und der Part darauf ist dann ja schon der Beginn von Generation 2. Und das fände ich dann irgendwie schon blöd, wenn wir jetzt umziehen und dann ziehen wir da auch nochmal um. Also es ist halt irgendwie ein bisschen unpassend. Wenn das jetzt früher gewesen wäre, hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Aber wie gesagt, wir lassen es jetzt dabei und dann machen wir jetzt die 123 hoffentlich. Hab am selben Tag mit mehreren Sims ein Techtel-Mächtel. Hallo? Wo sind wir hier gelandet? Also ich weiß, dass wir das auf jeden Fall nicht Moon lassen machen. Weil das sehe ich ja mal gar nicht ein. Also das muss auf jeden Fall Sky machen, weil ich will nicht, dass Moon jetzt ihre gerade begonnene Beziehung direkt aufs Spiel setzt. Und Sky ist ja eh, naja, nicht direkt Single, aber da ist es eher erlaubt, würde ich behaupten. Und mehrere Sims heißt ja mindestens zwei. Und zwei kriegen wir ja wohl hin. Haben wir uns schon die ganze Zeit mit Tommy so gut verstanden? Was ist da los? Und was hat sie an? Ist das dieses Schachtteam-Dings? Hä? Das habe ich ihr auf jeden Fall nicht gegeben, das Outfit. Also sie sieht gut darin aus, aber da muss das ja vom Schachtteam sein oder so, weil sonst macht das ja gar keinen Sinn, hä? Dann kann sie sich ja Sydney auch mal vorstellen. Obwohl wir müssen zum Unterricht. Ist Tommy schwanger? Oh mein Gott. Wieso haben wir so viele Teenies, die schwanger sind? Das ist nicht okay. Wir sitzen neben Maya. Hello, Maya. Wow. Null Simoleons Tantiem. Das ist ja schon fast krass hier. Startups. Die ganze Klasse jubelt, als der Lehrer berühmte Startup-Trends wie Sitzsäcke und legendäre Snacks präsentiert. Nichts lässt einen Arbeitsplatz cooler wirken als eine Tischtennisplatte. Die Schüler reißen ihre Hände hoch, um weitere Ideen für die Verbesserung der Arbeitsmoral in den Raum zu werfen. Jetzt ist der Moment gekommen, um mit einer guten Idee den Vogel abzuschießen. Fähre Gehälter? Na, let's go. Der Lehrer lobt die Antwort von Moon und gibt ihr für ihre unkonventionelle Idee-Bonuspunkte für den nächsten Test. Zusätzliche Prüfungsvorbereitung. Yeah. Tommy dachte sich so, ich komme auch in euren Unterricht. Sie möchte freundlich zu einem Schüler sein. Und zur Lehrerin möchte sie auch nett sein. Wieso können wir romantisch mit der Lehrerin sein? Das ist kritisch. Tommy findet Moon auch toll. Möchte beste Freundin werden. Naja. Man kann es ja einfach andrücken, weil anscheinend kann man jetzt nicht mehr beste Freunde haben oder so. Es stand zumindest nicht da, dass jemand anders sauer auf mich wäre. Wenn ja, in dem Fall. Und ich meine, anscheinend sind wir mit Tommy gute Freunde. Ich kann über das Mittagessen pausen, obwohl ich gar nicht Mittag gegessen habe. Schreibe ich eine gemeine Story. Puhi, schlimmer könnte das Essen in der Mensa nicht mehr aussehen. Ja, genau. Dann fällt das gar nicht auf, dass sie ja gar nichts isst. Weil wenn sie einfach sagt, boah, das sieht so eklig aus, deswegen esse ich das nicht. Nice. Keine fällt auf, dass Moon ein Vampir ist. Haha. Sie fühlt immer noch ihre Nägel auf jeden Fall. Obwohl sie die schon gar nicht mehr hat. Wegen abgenutzter Maniküre. Sie ist traurig, aber irgendwie auch glücklich. Und es ist wild. Vielleicht können wir ja ihr Baby fühlen. Pff. Ich meine, wenn das unsere beste Freundin ist, dann ist das ja wichtig hier, ne? Wenn sie eine Teenie-Muddy ist. Oh, sie muss ganz dringend pissen. Dann sollten wir sie vielleicht lassen. Aber vielleicht haben wir jetzt ja nochmal kurz Zeit, um uns Sydney vorzustellen. Weil der sieht auch nett aus. Wieso geht sie so hochnäsig? Was ist mit ihr? Anti-Crush. Oh. Hm, schade. Ab in den Unterricht. Evelyn und Moon sind soeben gute Freunde geworden. Süß. Fremdsprachenunterricht. Uh. Ich weiß, dass der Geburtstag von Moon naht. Das müsst ihr mir nicht sagen. Und danach ist Schach. Nein, wir gehen nicht zusammen zum Abschlussball, Tommy. Ich gehe mit Jericho. Moon hat ihre Lehrer beeindruckt und heute eine Menge gelernt. Yay. Oh, der Abschlussball steht vor der Tür. Oh Gott. Moon ist beim Schach-Team. Sollen wir Jess-Sache? Dass wir Jess wieder aufleben? Scheiß drauf, ey. Wir laden jetzt Jess ein. Ich weiß nicht, wen ich sonst fragen soll. Warum kommt Tommy jetzt vorbei? Also wir könnten sie zumindest auch direkt um Techtelmechtel beten. Beten? Bitten. Also laut Dreh müssen wir es jetzt so oder so machen. Ich kann nicht zweimal sagen, nein, ich will das aber nicht machen. Außerdem müsst ihr jetzt schnell wieder reingehen. Moon hat beschlossen, die Beta-Software eines online simulierten Schachspiels zu testen. Sie hatte auf ein schnelles Training gehofft, stößt beim Spielen aber auf einige Bugs. Sie findet im Internet ein offenes Repository, was, für die Beta-Version, wodurch sie die Möglichkeit erhält, einige Fehlerbeherrungen einzureichen. Ja, reichen wir mal ein Verfixtes ein. Alle reden davon, dass Moon programmiert hat wie ein Profi. Kurze Zeit später tritt ein Sim aus dem Computer-Team an Moon heran, um sich für sein Team anzuwerben. No protection was used. Oh mein Gott, weh. Dann rast ich komplett aus, Leute, wenn hier irgendwer schwanger wird. Aber dann wäre es wohl so, I guess. Ja, sie fand's gut. Und dann wollen wir mit Nox eine schnelle Nummer schieben. Glaub, der ist vielleicht noch am interessantesten für uns, oder? Sie ist in Kacke getreten, wow. Richtig hot. Können wir ihn vielleicht auch direkt fragen? Jo. Dann geht doch in die Dusche als nächstes. Sky, kennt ihr, sie tächtelmechtelinteressen von Nox. Wow. Have fun. Kurz zum Hook-Up bestellt hier. Wildes Leben auf jeden Fall. Evelyn findet Moon, Drew, Klasse, möchte beste Freunde werden. Nein, wir müssen nicht alle beste Freunde werden, Leute. So. So, Foto von einem Sim mit Tier machen. Sky mit Rusty. Und dann macht Sky ein Foto mit Moon und Mimi. Geh bitte hier hin. Das klappt irgendwie nicht. Dann soll sie einfach so ein Foto machen. Wir kriegen das alles hin. Ich will hier nur Fotos machen. Das ist doch süß. Mal gucken, ob es andersrum funktioniert. Schicken wir Mimi da hin. Und dann sollen die einfach miteinander interagieren. Soll sie ein Foto machen davon. Na, da guckt sie natürlich genau nicht. Das ist süß. Aber ich will eins von den beiden zusammen, aber ich brauche das trotzdem. Mlem. Oh mein Gott. Mimi. I love you. Mann, ich bin immer zu spät. Ah, sie geht die ganze Zeit weg. Und deswegen reicht die Zeit immer nicht aus. Ich raste aus. Oh, endlich. Ja, ist das süß. Endlich. Das war ein Akt, ey. Ich gebe die ganzen Fotos mal Moon. Dann können wir die auf jeden Fall dann in ihrem... Also sollten wir ausziehen. Weiß ich ja noch nicht. Aber ich denke schon. Dann können wir jetzt mindestens sagen, dass sie die dann alle aufhängen kann. Weil das ist ganz toll. Ich liebe das. Anscheinend möchte Moon eine Brieffreundschaft etablieren. Ja, im kommenden Part steht dann ja wohl so einiges an. Denn zum einen schreiben wir Prüfungen. Dann ist unser Abschluss mit Jericho. Wo wir dann wahrscheinlich auch die Beziehung endlich eingehen werden. So offiziell und so. Und dann hat die Moon auch schon Geburtstag. Und dann wird sie zu Erwachsenen. Und damit beginnt dann tatsächlich auch offiziell Generation 2. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, ob wir das Umstyling dann noch in den Part da mit reinbekommen. Weil das wird als allerletztes passieren. Im nächsten Part. Oder ob wir dann dazu ein extra Video machen. Kann ich mir auch gut vorstellen. So oder so bin ich sehr gespannt. Auf alles. Also ich denke aber auch nicht, dass wir sie großartig umstylen werden. Erstmal, oder? Also ich meine, sie sieht jetzt ja nicht unbedingt kindlich aus. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Ob ihr unbedingt ein Umstyling wollen würdet oder nicht. Und dann kann ich ja daran entscheiden. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Tschüss.